Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Wir sind wieder zusammen auf dem Server Hi, 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 sabbatisch Hi Und wir zaubern jetzt erstmal Und halt das ist mein Eis zu nehmen Wir zaubern erstmal Schuss sicher 2 Mach ich Schuss sicher 2? Ich weiß Ich würde gerne auf Schutz gehen Ich auf Level 3 Haltbarkeit 1 Also ich mach Schuss 1 Ich mach Schuss sicher Ich hab 3x Schutz Einmal Schuss sicher So, das ist davor auch Und wir nehmen direkt im Nachhinein Noch eine Folge auf Ich wollte gerade Loch bauen Um Müll wegzuwerfen Erstmal Gold Hätten Diaz sein müssen Dann kriegen wir Gold Wie viele Diamanten haben wir jetzt? 3 Stück noch Also passen wieder ein paar Spuren für dich So Weil als nächstes werden die Spuren für dich sein Und dann sind wir gleich geklärt Ähm, geh mal aus dem Weg Was machst du? Äh, ich bin aus dem Weg gegangen Ne, warum ist nicht das? Ja, ich hab geträumt Das ist keine Zeit für ihr zu träumen Doch, wir sind die Einzigen auf dem Server Ja, aber das ist nur so was Zeit, die wir haben Ja, ich hab ja sowieso nur auf dich gewartet, Colt Willst du mit hier? Wieder in den Windrücken? Ja, natürlich, machen wir ja Dreck. Ich brauche mich auch nur nach Toren. Das ist auch nicht viel Spaß. Ich glaube, ich lieber geht nach vorne. Wer krank, bitte? Du hast doch eine eigene. Ich habe keine eigene mehr. Ich hatte mehr Platz mehr. Ich glaube, ich stehe mit der Tür. Mensch, bist du ein Entertainer-Sucher? Ich bin zweifelig. Also ich muss sagen. Dann das weg ist auf. Du kannst dir, wenn du willst, das Ding nehmen, in die Bergwand. Nimm, tu sie doch nicht. Kann ich auch machen. Es gibt so viel Holz in meinem Toren. Ich auch. Ja, ich auch. Dann lasse ich dich da erst noch stehen. Ja, was hatte ich da in der ersten Nacht zu fahren eben? Ja. Wie mir und mir damit auf jeden Fall viel trinken wird. Ich bin schon nett. Nein. Wir haben ganz schön. Und zwei-Tür-Gehnern. Wir bräuchten halt wieder nur Goode an. Da habe ich jetzt die meisten Fähigkeiten, was ja auch klar ist. Wieder Silbersteine, Silberfischsteine. Wie bitte? Wieder Silberfischsteine. So lange hier keine Steinziegel auf einmal erscheinen. Alles klar, da ist Erik Lappert, Artuli und Redstone hintereinander. Wer will er will er will? Ich hör Lava. Ich hab mich ja auch in Richtung zurückgezogen. Das war mit Absicht. Ich wusste nicht, dass wir das auf der früher rechten Seite gemacht haben. Ich hab wieder Lava. Wasser. Okay, vielleicht doch nicht. Was denn? Alles gut. Mein Haus hier hat gerade nur ein sehr komisches Geräusch gemacht. Krass. Lava und Gold. Schön. Schön. Zum Glück hab ich mich weiter gebuddelt. Ich hab halt auch echt ein Köpfchen. Achso, in einem deiner Gänge einfach. Ja, weil da halt Redstone war. Ah. Und? Wie viele? Ähm. Weiß ich grad noch nicht. Ich buddle sie gerade noch aus. Ah, okay. Oh, Digga. Ich dürfte ein paar sein. Sechs. Ich denke mal. Oder fünf. Schade. Ja. Also sechs wären auch ein bisschen besser. Aber. Also besser auf jeden Fall. Das sind sieben. Das ist gut. Das reicht für. Glaube ich. Warte, vielleicht kommen jetzt noch mehr. Ne. Aber es sind sieben. Das ist gut. Dem Diamanten. Ja, wo bist denn du? Einfach weiter. Wie war der geradeaus? Gibt's. Also der Gang einfach. Hier. Nein, 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 nein. Zurück. Da. Hallo. Du siehst meinen Namen. Ich lieg dich mal. Ach. Hier. Habt viel zu viel Rollen. Oh mein Gott. Da war vor mir. Was? Ich setz mal ne Bergwank. Ey. Ich will. Ich bin sein. Nein. Fass. Setz mal bitte den Enchanter. Warte kurz. Geh mir mal bitte die Idee auf. Deine. Geh mir mal deine Idee. Deine. Ja. Schuhe. Und wir könnten... Ne, wir brauchen ja gar keinen Helm, ich Idiot. Deswegen wollte ich das nicht gerne. Schuhe. Schuhe. Ich geh jetzt einfach mal hier. Und kriege genug Schutz. Okay. Fert sich hier vielleicht um. Die Dias. Ich hab da einfach mal... Achja, die Dias. Ja, hier. Hier. Ja. Ja, hier. Bau den. Und mein Tablet wieder ab. Stimmt. Mach ich. Mach ich das. Dias. Dias. Wie du das Gold da auch liegen lässt. Ja, ich wollte erstmal weiter schauen. Und ich schätze dann... Ich muss ja eh wieder zurück. Jetzt dann mit drauf. Weil also ich Gold brauche mehr. Ich mach mir... ähm... Jetzt hast du die Werkbank abgebaut. Ja, warte. Ich komm mich jetzt hier wieder hin. Ich wusste ja nicht, dass wir Dias wiederfinden. War doch logisch. Natürlich. So, ich hab ne Brust. Ich bin schon mal voll Dias. Okay, ich muss irgendwas anderes zusammen machen. Wie viele Diamanten waren es denn? Zwei. Was? Ne, drei. Drei waren es. Ich weiß. Okay, Schutz eins. So, ab jetzt sind wir gut. Ich hab mal den Entschalter mitgenommen, aber die Bergbank stehen lassen. Hier ist nochmal ne riesige Hürde. Was ist denn hier hinten? Ja, ist gut. Ich bin auf dich. Dias! Loh, ich bin dran vorbeigelaufen. Einfach drüber. Ich glaub mir jetzt nicht, dass das einer ist. Oh mein Gott, war das knapp. Ich wär gerade... Wow, ich glaube das ist halt echt nur einer. Ja, dann hat die Hürde die anderen... Warum baust du den nie direkt ab? Es ist doch keine Lava in der Nähe. Ich ne weh. Ich glaub's. Wow, ein Dias. Ich hab ja eh noch ein Dias im Inventar, deswegen... Ein Dias? Besser als keiner. Jetzt haben wir zwei, jetzt brauchen wir das nächste Mal nur sechs an Schatz. Ah. Ich wär eben wirklich fast in Lava gesprungen und hätt mein Wasser einmal nicht gehabt. Ich glaub zwar... Immer wenn ich die Smaragdblöcke seh, denke ich nicht nur das Vendias, sondern auch das so Spawner... Spawnblöcke das sind. Hm. Diese vermosen Cobblestone-Dinger. Ich... Jupp. Jupp. Emeralds... Naja, ist so bissig... So bissig, genau. So weiß ich wenigstens, dass der... Warst du eigentlich jetzt heute in der Stadt hier, ne? Ne. Ne? Nein. War doch nicht mehr wichtig. Warst du zu müde für, war? Gestern... Sag mal, Blockhöhe hier. Ah. Warst du zu müde für wegen gestern? Hier sind wir auch für 13, also genau auf diesem Block sind wir... Ich hab legs. Okay. Okay. Hier ist für 12. Oh mein Gott. Ich hab legs. Aufpasst, jetzt nicht hier lang drauf. Ajo. Jetzt ist er durch. Oh nein. Ich bitte der. Wer? Fuck, jetzt schon wieder. Dass mein Bildschirm so schwimmert. Ja, musst du reach einen. Wenn ja, mach einfach. Slash los. Slash CLS dann. Oh nein. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Überall ist Labor. Mein Wasser ist weg. Okay, keine gute Idee. So, ich hab jetzt kein Wasser mehr an. Mach jetzt nicht den Laborflokkenplatz auf. Da in der Höhle waren wahrscheinlich nicht eh schon Ok, hier ist Lava Pass auf, wo du dich lang baust, das ist gefährlich vom Tag Ja Höhle Mit Wasser Lass mich weiter fest, ich brauch das Wasser eben Ähm, Ruhe? Ich geh den Lava weg zu den normalen Ich dachte halt echt auch, was ist denn Dias? Und, sind wir denn Dias? Nein, das waren die Emeralds, die du gecallt hast Ich mein, ansonsten noch Ich gucke rein, bevor ich bezweifle Ach, geht der Weg da weit? Nicht so weit Hier ist auch schon wieder Ende Oh mein Gott, hier gehts echt weit nach oben Ich glaube, das ist ein schöner Weg, wenn wir raus wollen Das endet auch so Wenn wir irgendwann raus wollen, ist es ein guter Weg Also am Ende des Parks, so wie gesagt Ich würd sagen, übernächste Folge Ich würd sagen, übernächste Folge wird dann auch schon gefeiert Juhu Oder auch schon, ist halt übertrieben Und wird endlich gefeiert Ah, hier sind wir jetzt Wo sind wir denn? Die Höhenverbindung, so wie eben Wo du den einen Dias gefunden hast Wo du den einen Dias gefunden hast Ich hör wieder Lava Was gucke? Lava? Ich hör eine Lava, ja Ich hör eine Lava, ja Ja Und ich glaub, wo ist die L4 Geh mal hinter dir lang Gleicht Gleicht Geht da gibt es noch Oh Minen Ja, mein Wasser Mein Wasser Alter Und Schluchthalt Die hab ich jetzt vergessen zu erwähnen Also Spinnenweben sind safe Pass auf, wegen Giftspinnen und so Das Server ist momentan ein bisschen lecker Ja, hier ist die Mine dann auch schon wieder zu Ende Ja, aber hier oben drüber und so ist es Ah, da geht's auch noch weit Amorals Pass auf, dass du immer dein Wasser mitkommst Das ist momentan echt Die hast Zwei Stück Ja, zwei Stück Noch eine Schlucht mit noch einer Mine Alles klar, das ist das Paradies, was wir gefunden haben Ah, da bist du, da kommst du wahrscheinlich gleich nach oben Kann ich mich nicht rückwärts bewegen, jedes Mal Die Border vielleicht? Ne, wenn ich mich rückwärts bewegen krieg ich ein Standbild Ach so Was ist denn das? Ich hab' ein bisschen dazu Sterb nicht, das ist jetzt das Wichtigste Ich hab' meinen Gang von jemandem gefunden Das heißt, die Mine wird passiert sein Wenn du Melonen findest, wär das das Beste Ich kann mich nicht bewegen Recht nicht schön Aber ich muss sie noch verlieren Außerdem, solange du kein Giftspinn-Spawner da findest, ist ja eigentlich alles safe Solltest du wissen, die sind ja passend voll dir Wenn du damit jetzt noch von Mox sterben, ist das nicht schön Außer vielleicht von der Echse Vielleicht, ich mach kurz Minecraft-Restock Vielleicht CLS erstmal Ja, ich weiß Das leckt auch Weil wir können jetzt kein Bann gebrauchen Ich hoffe, du nimmst die ganze Spinnwebe mit CLS, ne? Ja, CLS Junge, was geht denn da? Ich drück halt einfach nur S Und S Ich hab' Instant-Standbild Okay Ja, warum? Jo Nice, das bedeutet Stärke 4 hoch Das mach' ich Oh Stärke 4 ist was Tolles Und Melonenkörner, heißt Heiltränker Ich hab' der Frau stand dabei, ich hab' die Nesterwarzen dabei Das ist dann halt irgendwann, weil 13 Minuten haben wir Ja, ich Der steht um meinen Namen, blau? Ja, ich hab' auch etwa 12 War's denn nicht lang weg? Oh Leute, hier fließt halt Lava runter Aufpass' Und das geht auch wieder zurück, weil ich hab' Spinnwebe drüben gesehen Ich hab' übrigens 11 Spinnwebe drüben Ich hab' mehr Nein, ich hab' jetzt ganz viele Jetzt ohne Lick Ich hab' 20 Spinnwebe drüben, das reicht schon Ich hab' 15 Er betroffen Drei Bögen Ja, gut, also Ja, ich bin jetzt hier halt drauf Okay, äh, ich bin jetzt erstmal wieder unten Also in der Schlucht Wie viele Diamanten hast? 2 4 4 4 Ja, 4 4 5 4 5 7 4 4 5 5 4 4 4 4 5 6 Ja, bei der Schlucht war ich schon. Wir treffen uns am besten bei der Schlucht wieder. Jetzt wird ich gleich. Ich bin... ...auf dem Weg... ...back. Ich hoffe, ich bin wieder back. Ich bin unten in der Schlucht. Beim ersten Eingang. Einmal in der Schlucht. Nein, das ist der zweite Schlucht. Und der dritte Schlucht. War nicht gut. Ist Lava. Okay. Wo bleibt du? Ich brauche kurz. Bei allem, weil ich denke noch, jo, Lava. QB. Erstmal Lines laufen. Ist denn Lava reingelatscht oder was? Ja. Ja. Ah, hier war... Hast du eine Haltbarkeit und Wasseraffinität her weggeworfen? Ja. Dann weiß ich, wo du bist. Ich bin hier. Wo bist du? Ja. Da ist ein kleiner Schluch. Oder ist... Ich komm nicht abholen. Ist das die zweite Schlucht. Ah, da ist dir deine Arme. Komm runter. wir brauchen noch eine diapost bildung kerner hast du ja habe ich auch noch hier habe ich weggeschmissen ja ich weiß warum kurz ich bin nicht wieder Wir hatten jetzt aber auch zweimal Pech in der Folge, einmal eine 1-Dia-Welle und einmal eine 2-Dia-Welle, das ist ja nicht so gut. Wieder da, ich muss kurz mal Licht anmachen. Ja, ich hab dich an, bei mir ist es trotzdem blühter. Du wohnst ja auch in der Höhle. Ne, geil eigentlich. Ne, in der Höhle ist du wohnst. Ja, in der Höhle ist der richtig geil. Ja, in der schönen Höhle ist es auch so. Richtig geil. Die schön warm ist, wackeln. Ja, ich weiß, in welche Höhle du willst. Da ist er wieder. So, baust du die Flugballen, Digga? Ja, du könntest ja auch mal bauen. Weil einen 3km langen Gang nach vorne zu bauen, bringt halt nichts. Ich finde, als Höhlen und als Dias. Ja. Ja. So werden wir aber viel schneller. Wieso werden wir schneller? Ja. Inwiefern? Ich streike gleich. Ich setze mich hier auf den Boden. So, ich bin jetzt noch alleine im Projekt. Okay, ich hab den Border gefunden. Alter, hast du mich grad erschrocken. Oh, du hast so laut jetzt weggeholt im Bus. Du hast mich so krass erschrocken. Johannes, wir müssen schnell in die andere Richtung fliegen. Wird um 25 Möcke kleiner. Echt? Jetzt hast du Müll eingesammelt. Was machst du denn, anstatt du da rüberspringst du Held? Ne, da war Müll. Was? Mom will? Schneller als du! Sorry für euch. Geh lang. Hör mal was ab. Level zum Beispiel. Redstone. Ja. Wie viel Level hast du mittlerweile? Hier haben sie auch. Ey, was denn? Das kostet uns nur Zeit. Ich hab dich letztes Mal dafür in den Blockschons gesehen. Ey, was denn? Ich bin hier nirgends. Ich bin nochmal hinten zur Minion gegangen. Ja, ja, ist okay. Ich hab dich schon gesehen. Ja, guck doch. Ich steh hier nirgends. Wir haben besseres zu tun. Wir brauchen noch hier. Kann ich auf uns sein. Und wir sollen uns noch hochbauen. Was? Hochbauen. Wohin? Weil wir wollen wieder an die Überfläche spielen. Wir wollen kämpfen. Ja, aber erst wenn ich ihn hier posten habe. Ja. Oh, Mensch. Hier komm ich ja gut lang. Ja, das war ja so gedacht, dass ich erst wieder springe. Die hast du. Wir müssen nur vier Stück minuten. Das ist ein bisschen der liebendeste Jungen überhaupt. Ah ne, das war doch ganz sorry. Ich dachte, dass das einer der gängigsten Wesen, die du da graut bist. Das ist so. Ja. Wie viele sind das jetzt? Zwölf Stücke nicht. Zwölf Stücke? Das reicht für zwei Dias Schwerte. Ja, wir machen aber keinen Dias Schwert. Ich mach doch nicht. Nein, machen wir nicht. Ja, und was machen wir dann mit den vier Dias? Ja, nichts. Warum sollten wir ein Dias Schwert machen? Das bringt nichts. Da will ich zweimal Schärfe, zwei. Kann ich auf Schärfe drei. Das ist gleich in der Betrachtung der Schlacht. Ja, genau. Ähm, darf ich mir den Dias Schwertzack machen? Set den Dias Schwertzack machen. Darf ich mir den Dias Schwertzack machen? Ja, danke. Ich würde halt ganz gerne nochmal... Klüger wäre es nochmal ein Rüstungsteil zu machen, um zu gucken. Schuhe zum Beispiel. Stimmt. Ich bin mir leid. Das ist eigentlich gar nicht noch für Schärfe. Und dann am Abbaus halt zusammen. Ja. Ich hätte auf der Brust Schuss sicher bekommen können, aber das wäre dumm gewesen. So, stell mal alle Öfen auf. Unbedingt. Ja, ich bin übrigens vor dem Schutz unterwegs. Ja, ich auch. Passt. Also ich habe ja mit Absicht einmal Schuss sicher genommen. Ja, hast du denn... Äh... Mach mal bitte Schuhe. Ja, mach ich. Dir Schuhe. Ja, ich mach zweimal Gold damit. So, ich schau mal kurz, was ich bekomme als Verzauberer. Okay. Schau mal, was du bekommst, bevor du verzauberst. Also nicht verzaubern kannst. Was bekämpfst du? Peder Fall 1 und Schuss sicher 1. Nee, danke Peder. Dann kann ich Schutz 1 machen. Ja, ich kann nur... Warum Schutz 1? Ja, zum Zusammenberachten. Ich bräuchte aber noch einen Schuss sicher. Du kannst Schutz sicher und Schutz nicht zusammen machen. Bist du dir sicher? Ja, 100%. Gib her. Ey, das geht doch. Nein, das geht nicht. Klar geht das. Nein, gut her. Das geht doch auch mit Schwertern. Was denn? Bei Schwertern. Wenn du... Pass auf. Zweischutztypen miteinander geht nicht. Wenn... Gib dir jetzt her, wir haben keine Zeit mehr. Doch, ich guck das jetzt nach. Wenn das jetzt falsch ist, kriegst du das Ghost Skin von mir. Das geht nicht. Ja, schön auf dir die hast du gespielt. Lass mich nicht mal vertrauen. Ja, aber pass auf. Ist doch gar nicht schlimm. Ich habe nämlich nichts verschwendet. Hier. Kriegst du meine Schutz 1. Dann nehme ich Schutz sicher für die Füße. Ja, aber... Nichts verschwendet. Schutz wäre für dich besser. Schutz sicher 1 ist schlecht. Ich habe doch Schutz 1 auf dem Helm. Schutz 1 auf der Brust und Schutz 1... Ja, aber Schutz sicher 1 ist gut. Ich habe Schutz sicher 2. Das ist doch alles gut. Schutz sicher 1 ist gut. Perfekt. So, Gold abbauen. Du solltest mal den... 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 Ich kann noch schauen. Ich kann noch Bögen. Ja, das Bögen, das Bögen. Oh ja. Wie viele Bögen brauchen wir? Bestimmt. Eins. Ja, ich kann sie erst mal immer so 2 Stück auf einmal machen. Sehr gut. Zwei. Ich brauche noch mal... Sehr geil. Ich habe nur Stärke 1, leider mal. Oh mein Gott, das muss ich ausgarten. Jeder Hurenhunde. Alter. Ich krieg noch einen Herz. Bei mir 1 Minute. 5 Level, ich brauche ganz wenig. Ich muss das Gold auf den Boden nehmen. Ich habe 2 Stärke 3 Bögen. Ich brauche 10 Level. Für nächste Folge noch. So. Hier ist mein Lapis noch. Ah ne, das ist dein Lapis noch. Nein, ich habe genug Lapis. Ich habe 2,6 Lapis. Nimm doch! Ja, nimm doch mal was weg. Wofür brauchst du 2,6 Lapis noch? Keine Ahnung. Habe ich Lust zu Lapis noch. Ja. Ich baue hier schon mal ab, okay? Ja. Woher habe ich noch ein Leder. Ich habe... Von mir. Das musste ich gerade eben wegwerfen. Platz. Mit uns weg. Mit uns weg. So. 10 Sekunden bei Gier. Ah, du hast alles gut. Tschüss, bis gleich. Tschüss, bis gleich. In 1 Minute bei mir vorbei. Jo. Ich warte in der Zeit noch hier im Bildschirm. Nimm die Bergwand, Mensch. Nimm alles. Habe ich schon. Gut. Du hast das restliche Gold? Erz? Ja. Hab ich. Ich habe auch so an sich noch 20. Wir sollten für uns beide nochmal 2 Gold Äpfel machen können. Also für dich. Ich habe an sich auch nochmal 20. Gold? Ja. Das ist nice. Dann können wir 6 Stück machen. Also 3 für dich, 3 für mich. Ja, haste recht. Gut. Dann fange ich schonmal mit der Anmod an. Ups. Fange ich schonmal mit der Anmod an. Abmod. Anmod. Genau. Mit der Anmod, Digga. Ähm. Ich würde sagen, das war es für die Folge. 10 Sekunden. In der Beschreibung ist mein Twitter-Link. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und euch die Folge gefallen hat. Deutsch. Schwer. Ähm. Könnt ihr einen Like da lassen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, vielleicht auch abonnieren. Und. Und keine Videos mehr zu verpassen. Und. Genau. Auf jeden Fall. Vielleicht auch mal endlich sinds. Videos meiner Mutter reinschauen. Und. Ja. Ich würde sagen, das war es für die Folge. Wir haben vorher demnächst zu kämpfen. Tschüss. Bis. Bald. Tschüss. Tschüss.